Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Dienstag, dem 7. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1362. Heute habe ich die folgenden Themen für dich. Zum einen haben wir SSD, Pixel Buds, XAI, Matter 1.2, Epic und Apple. Ja, dann würde ich so sagen, starten wir gleich mit einer SSD-Neuigkeit, die eigentlich keine ist, weil die besteht seit dem Mai oder noch früher dieses Jahres. Western Digital's Tochter, SanDisk, die hat mit diversen Modellen Probleme. Da hat man sich dann im Mai mal gemeldet und gesagt, ja, wir kommen da mit einem Firmware-Update und dann sollte das nicht mehr auftauchen. Man hat aber nichts gesagt, dass es zu Datenverlust führen kann und andere Geschichten. Das Firmware-Update ist dann irgendwann auch gekommen, aber die Probleme sind geblieben. Seither schweigt sich die Firma einfach aus. Dass, nachdem Western Digital im letzten Jahr und vorletzten Jahr doch schon deutlich Probleme gehabt hat mit ihren MyBooks-Geschichten, ja, hebt nicht gerade das Vertrauen in die Firma. Ich, für meinen Fall, schaue seit einiger Zeit bei Neukauf von Festplatten, SSD-Geschichten, was da mit drin ist, sofern möglich, und meide es, eine Western Digital-Lösung zu kaufen, weil ich halt einfach nicht möchte, dass ich da auf Probleme stosse. Gut, das kann bei anderen Herstellern auch passieren, aber hier zumindest, ja, häufiger und in unschöner Version. Und ohne Kommunikation, das geht überhaupt nicht. Auch Richtung Medien wurde nichts kommuniziert. Das ist noch viel unschöner. Aber ja, Starlink soll laut Elon Musk profitabel sein. Man soll es geschafft haben, durch die ganzen Nutzenden, die eben die Abos lösen, um damit online zu gehen, jetzt profitabel sein. Das ist doch eine schöne Neuigkeit, vor allem, da er Maske auch schon gerade mitteilen hat können, dass sie mittlerweile diejenigen sind mit den meisten Satelliten da drüber, drüber, genau, da oben in diesem Weltall, und dass sie ab nächstem Jahr auch diejenigen sind mit den meisten Satellitenstarts. Da bin ich mal gespannt, wie viele davon er noch hochschmeissen möchte und wie das Ganze dann sich verhält, wenn die ganzen Webbewerber, die mittlerweile ja auch immer mehr aus dem Boden schiessen, klingt jetzt nach viel, aber den ein oder anderen gibt es mittlerweile, ja, wie sich das dann verhält. Und ich hoffe, dass da nie irgendwann mal ein Problem gibt mit einem zusammenknallenden Satellit, der dann wild durch die Gegend geht und andere Dinge noch betrifft. Das wäre so der Super-GAU, würde ich mal behaupten. Die Google Pixel Buds, die hätten die Möglichkeit, über aktiviertes ANC mit einem Software-Update eigentlich die Körpertemperatur zu messen. Ist nichts Neues, das kannte oder konnte besser gesagt, schon damals, ach wie hießen die, ich habe irgendwo die Schachtel noch von Intel, ein Kopfhörer, also was sie aufgekauft haben und dann rebrandet haben und dann leider wieder eingestellt haben und das konnte auch im 2017, 2018, glaube ich, ein Chabra-Kopfhörer. Beide haben diese Technik wieder fallen lassen. Wieso, weiss ich nicht, weil es hat eigentlich recht gut funktioniert, zumindest bei mir, als ich jeweils gemessen habe, aber irgendwie scheint das Ganze halt eben doch nicht für die Masse geeignet sein. Warum auch immer. Die XAI ist wie Starlink eines dieser zahlreichen Unternehmen, was Elon Musk hat. XAI ist seine eigene künstliche Intelligenz, wie JetGPT und Ähnliches und dahin möchte Musk auch. Er wird das Ganze jetzt oder hat das Ganze jetzt für ein paar Einzelamerikaner freigeschaltet, die dürfen das mittesten und ausprobieren. Es kommt irgendwann dann für alle da draussen, die es nutzen möchten, wahrscheinlich in kostenpflichtiger Version, wie man das kennt, was auch Sinn macht, aber man möchte einige Dinge anders machen. Zum einen möchte man besser sein, zum anderen möchte man auch Dinge beantworten, die andere nicht beantworten und zum dritten, sie haben als einzige logischerweise Zugriff auf die ganzen Echtzeitdaten von X, also von diesem ehemaligen Twitter. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktionieren wird und was es da für erste Rückmeldungen dazu gibt. Matter 1.2 ist endlich da. Nach dem 1.1 Update im Frühling oder Ende Frühling kommen jetzt endlich, endlich, endlich neue Kategorien mit dazu. Es kommen Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Luftreiniger, Raumklimageräte, Saugroboter, Ventilatoren, Luftqualitätssensoren, Rauch- und Kohlenmonoxidalarmmelder dazu. Und ich bin gar nicht sicher, habe ich euch das letzte Woche schon erzählt? Falls nicht, damals habe ich gesagt, es kommt noch ein Blogpost online und der ist jetzt online. Somit, ja, in dieser Episode ist das Ganze verlinkt. Da kannst du dir das Ganze nachlesen auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Ja, und dann geht es weiter mit Epic. Die gehen wieder vor Gericht, diesmal nicht mit Apple, Apple kommt nachher noch als Thema, sondern gegen Google. Auch gegen die haben sie geklagt, aber erst jetzt geht das Ganze vor Gericht. Es wird mühsam, es wird wieder alles aufgerollt und Dinge werden wieder rauskommen und, und, und. Ich bin sehr gespannt, was da alles mit rauskommt. Was ich noch mehr gespannt bin auf das, was rauskommt schlussendlich, war es gegen Apple damals noch ein Entscheid eines einzelnen Richters, der sich beide Seiten angehört hat, Fragen gestellt hat, seine eigenen Recherchen angestellt hat etc. und dann schlussendlich für fast oder in fast allen Punkten Apple recht gegeben hat, ist hier was anderes. Hier geht es nämlich vor ein geschworenen Gericht. Das heisst, das sind normale Menschen, die da in einem Gerichtssaal sitzen, die Google zu hören, die Epic zu hören und schlussendlich dann ein Urteil fällen werden. Das klingt interessant, das könnte spannend werden. Ich hoffe einfach, es kommt gut raus. Apple hat bekannt gegeben, zumindest gegen The Verge, dass sie keinen 27 Zoll iMac planen. Das ist etwas, was einige von euch da draussen gehofft haben, dass das wiederkommt. Apple hat dem eine Absage erteilt, aber explizit für die 27 Zoll Variante. Jetzt gehen natürlich die Gerüchte, die es schon länger gibt für eine 30 Zoll oder noch grössere iMac Variante, wieder ganz heiss hin und her. Wir dürfen gespannt sein, in den nächsten Tagen erfahren wir vielleicht mehr. Ich denke nicht, dass es so schnell gehen wird. Aber es könnte sein, dass wir bald irgendwann mal was in die Richtung hören und oder eben auch nicht. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, du hast das eine oder andere mitnehmen können. Dir wünsche ich noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Und wenn du magst, hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, bis dann. Dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.